Moin Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind heute mal in etwas gefälligerer Mission unterwegs. Und zwar sind wir auf dem Bullihof, vom Schlechter. Ziemlich ruseliger Typ, vielleicht müssen wir ein bisschen leiser sein. Es geht heute um das Thema Bulli-Kaliberismus. Und was das genau ist, erfahrt ihr im weiteren Verlauf des Videos. Ich glaube, er ist fertig. Puh, gut, dass der weg ist. Jetzt können wir zum eigentlichen Thema kommen, nämlich Bulli-Kaliberismus und dem Schlachten von alten VW-Bussen. Ja, auch wir als Venn360 haben es in der Vergangenheit getan, tun dies aber seit vielen Jahren schon nicht mehr. Und das auch aus gutem Grund. Das erfahrt ihr im Laufe des Videos, wie wir dazu stehen und was unsere Philosophie ist. Lasst uns ruhig mal auf den einen oder anderen Schlachter, den wir hier stehen haben, kurz eingehen, um ein Gefühl dafür zu entwickeln, was es einfach auch bedeutet. Wir haben hier einen T3, der hatte irgendwann mal ein Klappdach oben drauf. Klappdach ist nicht mehr da. Das Klappdach wurde von uns dann auch verwendet in einem Projekt, um einen Bus, der kein Klappdach hat, mit einem Klappdach auszustatten. Also ein relativ simpler, einfacher Weg. Bei dem Bus sieht man relativ gut, dass die Karosserie an sich noch relativ vollständig ist und wir uns eher an den Teilen bedient haben, wie Fenster, vorne das ein oder andere technische Teil. Vielleicht ist am Unterboden auch noch was abgebaut worden. Ansonsten ist die Karosserie aber relativ komplett. Es ist heutzutage auch teilweise noch so. Es gibt ja verschiedene Schlachter, die im Markt unterwegs sind und nach wie vor dabei sind, alte VW-Busse zu zerlegen, kaputt zu machen und damit eigentlich auch aus dem Markt zu nehmen, um eine gewisse Ersatzteilversorgung auch herstellen zu können für Produkte, die heutzutage noch nicht wieder neu angefertigt werden. Bei vielen Produkten ist das schon der Fall, bei vielen Teilen, die für Reparaturen verwendet werden. Bei einigen noch nicht, sodass schon auch noch eine gewisse Daseinsberechtigung da ist, Busse zu schlachten. Wichtig ist aber tatsächlich zu schauen, dass nicht Busse, die eigentlich einen relativ guten Zustand haben, geschlachtet werden, weil mit deren Schlachtung auch jedes Mal eine Basis am Markt verschwindet, die einfach mit viel Tradition, mit viel Historie, mit vielen Erlebnissen dann auch emotional aufgeladen ist und auch nicht mehr repariert oder restauriert werden kann. Es ist halt so ein sich selbst auffressendes Systemfass. Der eine Bulli, der Teile benötigt, bekommt sie von einem anderen Bulli. Der Bulli, der sie spendet, verschwindet aber nach und nach. Und so wird es immer kleiner, immer kleiner und das sollten wir uns auch mal vergegenwärtigen, dass es dann irgendwann dazu kommt, dass es keine Basisbusse mehr gibt, die reparierbar sind oder restauriert oder generalüberholt werden können. Und die technischen Möglichkeiten, die sind heute so weit ausgeprägt, dass man selbst Busse, die eine richtig schlechte Substanz haben, wirklich wieder richtig schön aufbauen können. Die Grundlage dafür bildet halt der Bus an sich. Wenn die Teile fehlen, ist es dann umso schwerer. Hinzu kommt auch noch, dass die Ersatzteilversorgung im Markt sich stetig weiterentwickelt. Im T3-Bereich sind wir da super aufgestellt. Wir merken, dass wir im T4-Bereich auch Stück für Stück Leute und Produzenten entstehen, die auch da für eine bessere Teileversorgung sorgen. Punkt. Hier am Bus, der schlecht ist, die Flex hat er liegen gelassen, der kommt bestimmt nachher wieder. Das heißt, wir sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen. Sehen wir einmal, dass hier eine komplette Seitenwand von uns damals rausgeschnitten wurde. Das ist schon viele, viele Jahre her, dass wir das getan haben. Zum damaligen Zeitpunkt gab es diese Seitenwand nämlich nicht als reproduziertes Teil. Heutzutage setzen wir auf diese reproduzierten Teile, weil wir auch wissen, dass der Rost nur in der Tiefe beseitigt werden kann. Wenn wirklich ganze Partien ausgetauscht werden, es reicht nicht zu schleifen oder was auch immer. Und die Seitenwand haben wir aber irgendwann mal genutzt und eingesetzt. Ansonsten, ja, ein Postbus, da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Wir haben hier noch wieder ein Exemplar. Da sehen wir, da fehlt das Lenkrad vorne, die Tachoarmatur. Auch hier ist das Dach demontiert worden von uns. Soll es jetzt im Detail nicht mehr weiter drum gehen. Ich denke, da haben wir ein Verständnis für entwickeln können, was Bulli-Kannibalismus an sich ist. Es hat aber noch einen weiteren Grund, warum wir als WAN 360 der Meinung sind, dass das Schlachten von VW-Bussen nicht so sinnvoll ist. Nämlich die ökologische Komponente, die da ins Spiel kommt. Jeder einzelne Bus, der irgendwann mal produziert wurde, trägt ja eine Energiebilanz schon in sich. Das heißt, als er damals produziert wurde, mussten irgendwann Rohstoffe gefördert werden, für die Energie aufgewendet werden musste. Der Produktionsprozess hat stattgefunden, für den Energie aufgewendet werden muss. Wenn ich jetzt einen Bus schlachte und so weit schlachte, dass dieser irgendwann in der Presse landet, beim Schrottplatz, bei wem auch immer, dann geht diese Energie einmal komplett verloren. Das ist unserer Meinung nach nicht ökologisch und nicht sinnvoll. Ökologischer ist, die Energie, die schon investiert wurde, zu erhalten und den Bus an den Stellen, an denen es notwendig ist, sowohl im technischen als auch im Karosseriebereich reparieren oder zu restaurieren. Das heißt, auch dafür ist Energie notwendig. Die Energie, die aber dafür aufgewendet werden muss, ist deutlich geringer als die Energie, die aufgewendet werden muss, um ein neues Produkt, ein neues Fahrzeug, einen VW-Bus, was auch immer, wieder herstellen zu können. Wir haben jetzt auch gelernt, auch in der schwierigen Zeit, in der wir leben, Lieferketten sind ein bisschen fragil. Je größer die Krise, desto anfälliger die Lieferkette. Und Handwerk ist ein schöner Beruf, der regional umsetzbar ist und die regionale Wirtschaft auch entsprechend fördern kann. Wir haben eine Frage an die Zuschauer. Das wäre schön, wenn ihr die Frage mal so ein bisschen auf euch wirken lasst und eure Meinung dazu in die Kommentare schreibt. Wenn wir die Situation hätten, dass ein generalüberholter T3 California quasi in einen neuwertigen Zustand versetzt wurde, erhältlich ist zu dem gleichen Preis wie ein T6 California, der gerade frisch vom Land gelaufen ist. Mit ähnlichen Garantiebedingungen, mit ähnlichen Service-Möglichkeiten, der Gewissheit, dass er reparierbar ist und Werkstätten sich darauf konzentrieren. Für welches Fahrzeug würdet ihr euch entscheiden? Für den etablierten T3 California, von dem ihr wisst, der hält 36 Jahre. Definitiv muss natürlich gepflegt und repariert werden. Oder von dem Neufahrzeug, das neu produziert wurde. Klar ist ein Neufahrzeug, das von euch schon nicht mehr repariert werden kann. Und von dem man nicht so richtig weiß, wie lange es hält. Schreibt das mal bitte in den Kommentaren. Das ist für uns eine wirklich wichtige Frage, mit der ihr uns helft, wenn ihr uns da ein Stück weit einfach an eurer Meinung mal teilhaben lasst. Um mal so ein bisschen zu verdeutlichen, wie der ein oder andere Kunde auch mit seinem VW-Bus umgeht, bei dem der ein oder andere vielleicht auch denken würde, oh der ist nicht mehr haltungswürdig, ist vielleicht ein Schlachter, dafür kann man ihn noch nutzen, weit gefehlt. Das zeigen wir euch nämlich jetzt mal anhand von vier Projekten, die wir aktuell umsetzen und wirklich spannend sind, das mal zu erfahren. Kommt mal mit! Wir haben hier beispielsweise den T3 Synchro von unserem lieben Kunden Sebastian. Wir haben hier eine Kopie des DEKRA Prüfprotokolls. Und einfach nur, wenn man sich den Bus ein Stück weit anschaut, dann stellt man fest, dass der Zustand, gerade so im Karosseriebereich, eher so gelindig gesagt semi-gut ist. Das hat auch der Prüfer festgestellt. Er hat beispielsweise die Durchrostung hier am hinteren Radlauf zur Seitenwand bemängelt. Durchrostungen gehen gar nicht. und hier vorne am oberen Frontblech, am unteren Frontblech, Entschuldigung, das was auch immer es ist, ebenfalls bemängelt. Warum zeige ich euch das? Das sieht so ein bisschen so aus, als wenn der Bus vom Schlachter gerettet wurde und der Schlechter hat sich hier schon dran vergehen wollen. Sebastian hat dann vielleicht gesagt, Sebastian das ist jetzt frei erfunden, ich weiß es leider nicht. Es sieht nur leider so ein bisschen so aus. Ich überlege es mir doch nochmal anders, im letzten Moment. Und der Bus ist jetzt bei uns. Und der Bus ist bei uns und das ist relativ interessant. Sebastian weiß ganz genau, was passiert. Sebastian weiß ganz genau, wie der DEKRA auch diesen Bus einschätzt. Und die DEKRA hat uns signalisiert, dass ohne Überhebung der Karosseriemängel dieser Bus nicht wieder für die Straße zugelassen wird. Was macht Sebastian? Sebastian ist in seiner Überzeugung so aufgestellt, dass er ganz klar sagt, ich möchte meinen Bus erhalten. Die Karosserie, das ist der größte Arbeitsbereich von allen, die packe ich auf die lange Schiene. Dazu finde ich eine Lösung in der Zukunft, heute habe ich sie nicht. Repariert bitte erstmal die Technik. Das machen wir gerade. Hinzu kam noch, und das ist auch relativ interessant, das ist ein Stück weit Teilhabe an der Gedankenwelt unseres Kunden. Was würde es kosten, wenn ihr mit Zusatzinstrumente einbaut und eine Standheizung? Da haben wir dann erstmal gesagt, stopp. Lass uns erstmal die technischen Reparaturen umsetzen und da einen Stand reinbringen. Und dann über irgendwelche Gimmicks uns unterhalten, die dann eher Komfortcharakter haben. Das macht dann aus unserer Sicht auch noch nicht so viel Sinn. Das ist dann tatsächlich etwas, was wirklich in Summe dann mit der Karosserie auch abgestimmt werden muss. Und das ist ein guter Zeitpunkt. Ob wir die Karosserie arbeiten und umsetzen, wissen wir nicht. Keine Ahnung. Wir bieten ja an, immer auch Teilbereiche, gehen wir gleich auch nochmal drauf ein, umsetzen zu können. Genauso kann man es ja auch tun. Oder aber Sebastian findet es eine alternative Lösung für dieses Problem. Dass er eine Lösung finden wird, da ist er sich heute schon bewusst drüber. Lass mal weitergehen zu dem Bus von Ronny. Das ist auch ein T3. Den hat der eine oder andere vielleicht auch in unseren Videos 40 Bullys auf dem Bullihof schon einmal gesehen. Da hatte ich schon kurz was zu gesagt. Und ein klein bisschen was, was wir witzig machen wollten, ist natürlich in die Hose gegangen. Weshalb ich eigentlich die ganze Zeit dieses Stirnband schon auf meinem Kopf trage. Ist kein Stirnband, ist eine Lampe, die wir bei uns in der Werkstatt verwenden, damit die Kollegen ein bisschen besser arbeiten können. Und eigentlich sollte sie beim Abgehen der Kapuze angehen, damit wir die Bereiche hier am Bus nochmal mit ein bisschen besserer Beleuchtung zeigen können. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Vielleicht kommt er nachträglich, hier wird es doch noch irgendwie an. Ich wollte ihn auf alle Fälle einmal bringen. Komm mal raus zu dem Bus von Ronny. Ich würde jetzt auch mal meine John Rambo Gedächtnislampe abnehmen. Die schnitt mir doch meinen Kopf ein bisschen ab. Und ist auch relativ warm am Gummi. Kollegen kommen aber gut mit klar. Das ist der Bus von Ronny. Wenn wir uns den mal anschauen, dann sehen wir auch hier einen relativ interessanten Bus. Der rostig ist, rostig ist, rostig ist am Scheibenrahmen, klassische Stelle. Die Nähte der Seitenwände rostig, deutlicher Rost. Das sieht schon ein bisschen gruselig fast aus. Rost einmal komplett um den Bus herum. Wenn wir hier mal so ein Stück weit bei dem Bus am besten aus diesem Blickwinkel vielleicht einmal filmen könnten, dann sehen wir, dass das relativ krumm und blöd aussieht. Warum ist das so? Ist einerseits so, der Bus hatte einen Unfall und lag mal auf dieser Seite. Der Bus ist dann in eine Werkstatt gekommen, die dann entsprechende Arbeiten umgesetzt hat, die, wie man sieht, ja so semi gut gemacht worden sind. Darum soll es aber gar nicht gehen. Nämlich um den Umgang von Ronny mit dieser Problematik. Ronny ist ja jetzt wieder zu uns gekommen. Im letzten Video hatte ich schon gesagt, er hat einen generalüberholten Motor reinbekommen, investiert auch in die Technik und nutzt den Bus regelmäßig. Immer für seine Urlaube, Ausfahrten, was auch immer. Und Ronny hat den Bus dieses Mal wieder gebracht. Wir haben natürlich über diese Situation mit ihm gesprochen, weil er gesagt hatte, es wäre schön, wenn wir im Bereich der Karosserie ein paar Schönheitsarbeiten machen könnten. Das kriegen wir natürlich nicht hin. Also das ist ein ganz besonderer Patient. Ronny macht nämlich aber immer eins, weil er sich natürlich bewusst darüber ist, dass das nicht sonderlich schön anzusehen ist, wenn er auf dem Campingplatz steht oder irgendwo Urlaub macht. Der macht einfach seine Schiebetür auf, stellt sich seinen Campinghocker davor und sagt, so sehe ich es nicht mehr. Fanden wir eine schöne Betrachtungsweise von Ronny und einen sehr pragmatischen Ansatz, der auch dem Bus zugutekommt. Und in keinster Weise den Urlaub dann spiegelt. Es ist auch schön, wie man Dinge betrachten kann. Das ist eine positive Betrachtungsweise von etwas. Wenn wir mal in den Bus reinschauen, dann sieht man hier einen Zustand der Innenausstattung und eine liebevolle Einrichtung von Ronny mit einer Zeitschrift, die er scheinbar dann auch liest. Und man riecht Ronny förmlich. Also ich bin mit dem Bus beispielsweise, als wir den Generalüberholten Motor eingebaut haben, fahren wir ja mal 1000 Kilometer dann auch gefahren. Ich bin eingestiegen und habe mich direkt mit Ronny verbunden gefühlt. Hier steckt Ronny so tief drin in dem Bus. Der wird sich auch nie trennen von dem Bus. Der kommt zwar immer wieder her und sagt, na zwei Jahre noch, zwei Jahre noch und dann geht er weg. Ronny, sieh es ein, du wirst diesen Bus niemals weggeben. Und definitiv wirst du das niemals tun. Wir können gerne versuchen, den Weg zwei Jahre mal weiter zu gehen. Aber irgendwann müssen wir der Sache auch wirklich mal ins Auge gucken und eine gute Lösung finden. Die dann auch dir zugute kommt, weil du ihn dann lange nutzen kannst und dir der Bus vielleicht auch dann gefällt, wenn die Schiebetür zu ist. Noch ein weiterer Ansatz. Das ist der T3 von Uwe. Auch ein relativ interessanter Bus. Ich habe jetzt hier die Tür schon aufgemacht und mach sie nochmal zu. Wir sehen auch hier wieder Rost, Rost, Rost der rausläuft, eine rostige Stuhlstange, Rost an der Heckklappe, Rost der rausläuft, rostige Nähte. Ähnliches Bild wie bei Ronny. Andere Herangehensweise. Uwe hat sich dazu entschieden, seinen Bus restaurieren zu lassen. Nicht im Kompletten. Der Bus war nämlich schon mal da. Vielleicht haben wir über den Bus in einem unserer Videos auch schon mal gesprochen. Worüber wir auf alle Fälle in unserem Video schon gesprochen haben, ist die Restaurierung des Dachrahmens, die wir bei diesem Bus nämlich schon umgesetzt haben. Und wenn wir jetzt hier einmal reinschauen in den Bus, dann sehen wir auch, dass die komplette Innenausstattung, also fast komplett. Ein paar Restarbeiten sind für uns noch übrig. Von unserem Kunden Uwe schon erledigt wurde. Bis auf die Innenausstattung im oberen Bereich. Da kann man relativ gut erkennen, den guten Zustand der Innenausstattung an sich. Plus das neue Leder auf den Platten, was wir bezogen haben. Kann natürlich drin bleiben, weil der Bereich ist ja abgeschlossen und erledigt. Uwe geht es jetzt darum, das Blechkleid einmal zu machen und den Unterboden. Das heißt, Restaurierung in zwei Abschnitten. Macht super viel Sinn, weil man die Investition so auf einen relativ langen Zeitraum strecken kann oder auf einen längeren Zeitraum strecken kann, als würde ich die Investition in einem Rutsch tätigen. Und kommt aber hinten raus auch zu dem Ergebnis, dass die Basis vom Bus wieder hergestellt wurde und die Grundsubstanz wieder da ist, um ihn wirklich wieder Jahre, Jahrzehnte nutzen zu können. Die nächste Ebene, das ist dann die Ebene nachher, in die wir kommen, wenn wir darüber reden. Wir machen einen alten VW-Bus, ein altes Fahrzeug, vergleichbar mit einem Neufahrzeug. Vom Zustand her, dann kommen wir zu diesem Exemplar. Das ist der T2 von Andi und das ist eine generale Überholung eines Fahrzeuges. Das heißt, da haben wir schon drüber gesprochen an der einen oder anderen Stelle. Ich glaube auch im letzten Video gesprochen. Komplett bis auf letzte, jede Schraube zerlegt, KTL-Beschichtung, chemische Entlackung, alles Lackierung neu, alles in einem Rutsch. Will ich nicht im Detail darauf eingehen, da sind wir in vielen Videos schon wirklich detailliert drauf reingeguckt. Durchforste dazu gerne mal unseren Kanal. Aber das ist nachher ein Fahrzeug, das ist vergleichbar mit einem Neuwagen. Nur eben, remanufactured, refabriziert, weil es schon mal existierte. Es steckt eine super Energie, nicht nur aus Sicht der Tradition, die dieses Fahrzeug schon an sich erlebt hat und die Urlaube und Reisen, die in ihm verbracht worden sind. Sondern auch die Energie, die eingespart wurde, steckt natürlich auch in diesem Fahrzeug. Und damit kommen wir zum Ende dieses Videos heute. VW-Bus Kannibalismus mal etwas betrachtet aus der Perspektive Van 360. Wie sehen wir es? Wir können nur an jeden appellieren und sagen, wenn ihr VW-Bus fahren wollt, einen alten T3, T4, T2, dann seid euch bewusst, dass ihr eine Basis dafür braucht. Je weniger Basis es gibt, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Basis findet. Und überlegt mal selber, wie sinnvoll das ist oder nicht. Fragen in die Kommentare, bitte beantwortet unsere Fragen, die wir gestellt haben. Wir wollen mit euch in den Austausch gehen. Abonniert unseren Kanal, da freuen wir uns jedes Mal drüber. Und wir müssen noch eine Situation auflösen, das habe ich ganz vergessen. Und zwar der Schlechter ist natürlich kein schlechter, erst recht kein schlechter Mensch. Das ist nämlich unser T4-Niko gewesen, der die Rolle übernommen hat. Und der arbeitet hier vorne auf der Bühne. Normalerweise ist jetzt gerade irgendwie nicht da. Aber ich glaube, das reicht auch, dass ich euch das gesagt habe. Vielleicht habt ihr den auch erkannt. Und es sind natürlich auch keine VW-Busse zu Schaden gekommen bei der Kleinszenerie, die wir inszeniert haben. Also, habt euch gern, macht's gut, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Mal.